Ich überbringe euch schlechte oder freudige Nachrichten, je nachdem, das Jahr ist fast vorbei. Wir befinden uns im letzten Quartal und eigentlich habe ich es die letzten sechs Jahre immer geschafft, jedes Jahr pro Marke eine, ja, Full-Face-Reihe zu schminken. Dieses Jahr habe ich das Ganze bis in den Oktober hinaus gezögert, aber Freunde, hier ist die Frohe Kunde. Heute geht die erste Runde los mit Erf. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende gehabt und einen wunderschönen Start in den Tag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ich freue mich sehr. Ich weiß, dass Erf eine Marke ist, die super, super beliebt ist mittlerweile und ich mag die ganze Marke auch sehr gerne. Ganz, ganz wichtig, das ist kein bezahltes Video. Ich war zwar neulich mit Erf in Amsterdam, habe auch die Produkte dort bekommen. Das ist aber kein bezahltes Video, sondern ich dachte mir, das ist die Möglichkeit, euch nochmal ein paar mehr Produkte zu zeigen, weil ich auch hier Produkte kennengelernt habe, die ich vorher noch nicht kannte. Deswegen werden wir heute ein Full-Face-Elf schminken. Eine kleine Sache, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde, ist YouTube. Vielleicht habt ihr es bei anderen Creatorinnen und Creator auch schon gehört, aber YouTube stellt schon wieder gerade etwas um, was uns Creator ziemlich, ziemlich schwer zu schaffen machen könnte. Und ihr merkt das, glaube ich, oder wir merken es vor allen Dingen daran, dass das Werbebudget für YouTube so wenig geworden ist von den Firmen, die YouTube dafür bezahlen, dass YouTube uns die Views runterdrückt. Falls ihr also uns supporten wollt, das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern für alle anderen Creatorinnen und Creator, die ihr gerne schaut, klickt auf die Videos, schaut, ob ihr die Glocke aktiviert habt. Und selbst wenn ihr keine Lust auf das ganze Video habt, klickt trotzdem auf die Benachrichtigung, dass YouTube versteht. Die Leute wollen diese Videos sehen. Ihr kennt meine Upload-Zeiten. Ich lade seit fünf Jahren Montag, Mittwoch, Freitag um 19 Uhr hoch. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr auch zukünftig mit dabei seid. Heute mit Elf. Ich sehe noch ein bisschen fertig aus. Ich habe auch ehrlich gesagt hier wieder umgestellt. Ich hatte ja die andere Wand parallel hier, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen. Es war mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu nah, weil hier schon wieder die nächste Wand ist und das drückte irgendwie so ein bisschen. Und ich musste was umbauen. Langes Thema, seht ihr bald. Aber wir starten jetzt. Okay, Freunde. Einige Sachen kennt ihr schon. Wir hüpfen direkt rein mit Color Corrector, weil das möchte hier wirklich niemand sehen. Ich hatte euch die neulich schon mal gezeigt. Von einer Weile schon, weil ich die richtig, richtig krass finde. Das sind Camo Color Corrector. Da gibt es in Pfirsich, gibt es in Blau, gibt es in Grün, gibt es in Gelb, gibt es in jeder Farbe des Regenbogen. So ungefähr, ich glaube, richtig Orange gibt es auch noch. Damit kannst du verschiedene Dinge machen. Das Blaue beispielsweise ist perfekt, um Foundation, die eventuell ein bisschen zu gelb ist, zu neutralisieren. Das hier, dieser Peach Ton, ist perfekt, um Augenschatten zu korrigieren. Ich habe jetzt nur mal einen ganz, ganz kleinen Punkt hier auf meine Augenschatten gemacht und blende das Ganze wirklich nur auf dem Schatten aus. Nicht weiter, denn ich möchte, ich habe eine ganz, ganz spannende Technik neulich gefunden bei TikTok. Demi Make-Up heißt das. Das ist krass. Ich muss mir das noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist eine Make-Up-Artistin, die, falls ihr schon mal Fotoretusche betrieben habt, dann kannst du, es heißt Dodge & Burn, da kannst du dunkle Stellen heller machen und helle Stellen dunkler machen. Und was sie gemacht hat, das fand ich großartig ist, sie hat beispielsweise die Augenringe genommen und hat den Bereich hier, der heller ist als der Augenschatten, dunkler gemacht und den Bereich ein bisschen heller. Sodass du insgesamt weniger Produkt hast und das natürlicher aussieht. Sie korrigiert er aber auch mit den Untertönen und das probiere ich jetzt gerade so ein bisschen zu machen. Mit diesem peachigen Corrector kannst du einfach schon mal den Schatten so ein bisschen auskorrigieren und ich glaube, man sieht recht gut den Unterschied. Das Ziel mit diesen Produkten ist es, nicht unbedingt groß Deckkraft zu haben. Kann man natürlich machen. Der Unterschied ist schon da, ne? Das Lila ist deutlich reduzierter. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr von Erf vielleicht schon zu Hause habt. Wir alle haben bestimmt ein Produkt von Erf zu Hause. Im Moment, ihr habt es wahrscheinlich gesehen bei Cindy, im Moment ist es super, super schwierig für uns, nicht verklagt zu werden. Weil viele Firmen einfach mittlerweile, ich verstehe es, Schwierigkeiten haben und jetzt probieren, alles Mögliche zu tun, um irgendwie Geld reinzukriegen. Deswegen hast du es auch ab sofort nicht mehr Dupe, sondern eine Alternative. Erf hingegen ist für mich eine Marke, die natürlich viele günstige Alternativen zu beliebten Produkten macht. Aber ich finde, dass sie auch viele eigene Kreationen haben, die extrem gut sind, wie beispielsweise diese Corrector. Das habe ich in keiner anderen Marke gesehen. Und mein großer Wunsch ist es, dass Erf irgendwann mal in die Drogerie kommt. Ich weiß, dass es in manchen Filialen immer mal ein bisschen was gibt, aber wir brauchen eine Theke. Es gibt einige Marken in der Drogerie, die nicht da unbedingt eine ganze Theke bräuchten. Aber auf hingegen könnte eine ganze Theke füllen. Ihr seht den Unterschied richtig, richtig gut. Ich habe hier schon die erste günstige Alternative. Und zwar ist das der Brow Lift. Das Packaging von Elf ist immer sehr, sehr schlicht. Dadurch sind die Preise natürlich auch deutlich, deutlich günstiger. Aber das ist ein durchsichtiges Gel. Ähnlich wie ein anderes Produkt, mit dem man seine Augenbrauen fixieren kann. Und damit bürste ich einfach erstmal so ein bisschen durch. Ganz wild. Dann bürste ich die Augenbrauen nach oben. Und die bleiben dort. Das ist die... Es gibt ja viele Produkte, die mittlerweile schon so sind, dass es die beste Alternative. Ey, ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Also mal ganz im Ernst. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Cindy hat bestimmt da schon auch ein bisschen mehr drüber gesprochen. Keine Ahnung, wie wir jetzt reden sollen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, die Augenbrauen sind schön nach oben fixiert. Das braucht allerdings einen kleinen Moment länger, um wirklich zu fixieren. Und damit es sich settet. Ich möchte jetzt aber etwas machen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar primen. Ihr wisst, ich bin nicht so der größte Freund von Primern. Außer, sie machen nichts schlimmer. Es gibt ja Primer, die machen... Weiß ich nicht, wenn du zwar Poren hast, dann sind die Poren zwar weg, aber dann ist die Haut trocken. Mag ich nicht. Es gibt den Liquid Poreless Putty Primer. Es gibt den auch in dieser festen Form. Der kommt dann in so einer kleinen Dose. Aber den habe ich in Amsterdam getestet. Und du brauchst davon wirklich nicht viel. Einfach auch nur hier punktuell um die Nase herum. Und ich benutze auch wirklich nicht viel davon, weil es sonst schnell zu trocken werden kann. Aber in dem Moment, wo du einfach so ein bisschen hier um die Nase rein arbeitest, wirkt der gesamte Bereich hier um die Nase direkt mattiert. Und die Poren so ein bisschen aufgefüllt. Wichtig, wenn ihr solche Primer benutzt, dann müsst ihr euch abends wirklich gründlich fixieren. Die sind natürlich immer mit Silikon voll. Und das Silikon legt sich in die kleinen Poren. Oder hier so an so kleinen Fältchen. Da funktioniert das dann auch ganz immer gut. Oder eine ganz, ganz dünne Schicht unter den Augen. Auch dafür sehr, sehr gut, wenn ihr so kleine Fältchen oder ein bisschen Textur der Haut reduzieren wollt. Jetzt wird wieder ein bisschen gebastelt, ihr Süße Mäuse. Ihr wisst es, ich liebe es, Make-up zu mischen. Und zwar gibt es ja diesen Halo Glow Liquid Filter. Gibt es mittlerweile auch von Catrice. Die sind aber alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja einmal den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury, der für mich eher ein Highlighter ist. Der Softlamp Fluid Filter von Catrice ist für mich eher eine Foundation. Und der Halo Glow Liquid Filter, wow, ist eher etwas dazwischen. Ich habe ihn einmal hier in der Farbe 8. Einfach damit ihr die Farbrange auch mal seht. Sofern es mir möglich ist, probiere ich euch immer verschiedene Farben auch zu zeigen. Das hier ist die 8. Ich glaube, das war bis dato die dunkelste Farbe. Und ich habe hier einmal die Shade 1, die etwas gelblich ist. Aber, das ist kein Problem, das ist die 1. Dazwischen gibt es viele Farben und Elf hat diese Halo Glow Reihe erweitert. Und jetzt passt ganz genau auf. Das ist ja so ein bisschen gelblich. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen mehr hier raus. Und falls euch die Farbe zu gelb ist, ihr könnt sie eher heller machen mit weiß. Oder wirklich mit dem kleinsten blauen Punkt, der wird wahrscheinlich schon viel zu viel sein, und dann diesen Gelbanteil so ein bisschen rausnehmen. Da, schaut, seht ihr das? Nur durch einen einzelnen kleinen blauen Punkt. Muss natürlich nicht so viel sein. Immer ein bisschen weniger, ist ein bisschen besser. Aber ihr seht es, das ist dieselbe Farbe, nur mit einem anderen Unterton. Das ist immer so ein bisschen schwierig, bis man das wirklich verstanden hat. Mir fällt es auch oft noch schwer, aber einfach, dass ihr mal die Farben gesehen habt. Was ich jetzt mache ist, ich möchte das als Foundation-Ersatz benutzen. Ich nehme dafür wieder ein bisschen was von der 1. Das hat nicht so viel Deckkraft, wie das von Catrice beispielsweise. Ich zeige euch das einmal. Also klar, es reduziert schon so ein bisschen Pigment drunter. Es ist aber sehr schimmernd. Es gibt aber einen Concealer. Das ist der Carmo Concealer. Den finde ich unter den Augen, ehrlich gesagt, nicht so gut. Dafür ist er mir ein bisschen zu... Der creased sehr schnell. Der ist sehr, sehr cremig, aber er creased sehr schnell. Und wenn du das einfach so ein bisschen hier mit rein mischt, ich nehme auch so ein ganz kleines bisschen von dem dunkleren Ton, einfach für den Unterton, die dunklen Farben haben immer einen etwas rosanen Unterton, kann man das Ganze richtig, richtig schön ins Gesicht aufbauen. Und ihr habt sofort eine gute Deckkraft, ohne dass es zu speckig ist. Ich weiß, viele mögen zwar Glow, soll aber nicht speckig aussehen. Und damit habe ich eine ganz... Fahre ich Tatsache sehr gut, weil es einfach so eine schöne Kombination ist. Mittlerweile habe ich auch keinen Self-Tan mehr drauf. Deswegen ist es jetzt natürlich sehr, sehr hell. Aber wir kriegen das gleich gut kaschiert, denn ich habe noch ein paar andere Tricks, Freunde. Ich sehe jetzt noch ein bisschen Blassungsnäschen aus, aber einfach, dass ihr mal den Effekt seht. Hier habe ich nichts drauf. Hier kommt dieser Glow mit durch. Die Deckkraft ist aber ausreichend. So ein bisschen Hautstruktur schimmert durch. Und ich bin ehrlich, ich finde das schön. Ich möchte, dass man sieht, dass ich ein Mensch bin. Und keine Puppe. Wir machen das Ganze mal hier auf der anderen Seite ein bisschen schneller. Ihr könnt natürlich weniger benutzen. Ihr könnt ein bisschen mehr benutzen. Was ich halt so schön finde bei Elf ist der Preis. Es ist ja wirklich sehr, 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 sehr affordable. Und du hast halt eine gute Qualität, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann. Also ich habe schon lange kein Produkt mehr gesehen, wo ich sage, das ist wirklich schlecht. Aber das gilt für fast alle Marken. Aber Elf macht einfach wirklich genau das. Und das ist halt das Bemerkenswerte. Elf ist immer sehr, sehr schnell, günstige Pendants zu anderen Produkten zu machen. Was ich jetzt mache, ist, ich habe noch so ein bisschen was von dem dunklen Ton hier. Und den mische ich mir schon mal so ein bisschen mit rein. Aber nur leicht, um mein Gesicht wieder so ein bisschen zu formen. Ich will jetzt nicht unbedingt das als Bronzer benutzen, aber einfach um so ein bisschen Tiefe schon mal mit rein zu kriegen. Das ist natürlich absolut nicht alltagstauglich. Also ich habe dafür auch im Alltag mit Sicherheit keine Zeit, hier meine Foundations zu mischen und dreidimensional in mein Gesicht zu bringen. Bin ich ehrlich, habe ich keinen Bock drauf im Alltag. Aber jetzt, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat und wenn ihr vielleicht auch mal Zeit habt, ich weiß, viele schminken sich einfach aus Spaß an der Freude manchmal. Probiert es einfach mal aus, verschiedene Farben an Foundations in euer Gesicht zu bringen. Einfach, dass es schon so ein bisschen... ...dimensionaler aussieht. Es gibt natürlich aber auch diese Glow Ones. Halo Glow Beauty Ones in Highlight und in Contour. Ich benutze jetzt den Konturton ein bisschen und ich benutze immer denselben Pinsel und blende mir das hier rein. Die sind extrem pigmentiert. Und ich drücke einfach immer nur auf dieselbe Stelle und dann immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Dass der dunkelste Punkt hier ist und dann mit dem Rest, der dran ist, blende ich das Ganze überall aus, dass es die Helligkeit der Foundation einfach ein bisschen zurückgeht. Pfannkuchen. Snatched. Es gibt übrigens auch, und das finde ich ganz krass, auch das habe ich das erste Mal dort kennengelernt, die Putty Bronzer. Der hier hat Schimmer mit drin. Der muss so ein bisschen warm werden erst. Ich habe jetzt natürlich sehr viel schon hier auf meiner Hand. Und der hat so einen goldenen Schimmer mit drin. Also wenn ihr so sehr, sehr schimmernde Bronzer gerne mögt, probiert den mal aus. Ein bisschen hier. Gehe damit halt gerne so ein bisschen hier über die Augen und blende mir das so um die Nase. Das ist so ein Sommer Bronzer. Einfach so ein bisschen hier um die Nase herum und dann sieht die Nase gleich so ein bisschen gebräunter aus. Und du siehst wieder ein bisschen aus. Also das ist ja gerade im Urlaub gewesen und nicht im Bayerischen Wald. Ich nehme jetzt das erste Mal im Beauty Schwamm und gehe überall mit rüber und blende das Ganze aus. Und ja, es ist glowy. Es ist aber nicht speckig. Also die Haut sieht einfach sehr lebendig aus. Und wir werden sie auch gleich zu einem gewissen Anteil mattieren. Es gibt ein Blush. Auch da, es ist schwierig. Ich kann ja nicht mehr mehr sagen, was es sein soll. Aber es gibt hier eine sehr, sehr beliebte Farbe von einer sehr beliebten Make-up-Marke, die so ein bisschen in die Kopfkissenrichtung geht. Es gibt so ein Putty Blush, der mich farblich da sehr, sehr dran erinnert hat. Auch sehr, sehr schön, auch schön schimmernd. Und der ist so ein bisschen luminös. Dann setze ich mich hier einfach rüber und habe gleich so einen frischen Look. Wir fixieren es gleich. Ich mache vorher einmal Concealer rauf, benutze ich meinen üblichen Natasha Denona Concealer. Den mag ich unter den Augen ehrlich gesagt nicht. Ist mir einfach zu viel. Ich fixiere es unter meinen Augen mit dem Coty Aspon Powder. Unter den Augen gibt es, finde ich, an Pudern nichts Schlimmeres als schimmernde Puder. Deswegen ein mattes Puder punktuell unter die Augen. Und jetzt wird das Ganze auch gleich nicht mehr ganz so ölig. Und damit gehe ich auch direkt hier schon in den Pornbereich um die Nase herum. Auch da möchte ich, also überall da, wo ihr Textur habt, sei es kleine Fältchen, sei es Porn, sei es vielleicht ein Pickelchen, probiere ich matt zu sein. Stirn, direkt im Fokus, da habe ich immer so ein bisschen mehr Textur. Aber drumherum möchte ich diesen Glow behalten. Ich blende das dann immer so ein bisschen aus. Und jetzt gibt es etwas Neues. Ich glaube, dass das schon in Deutschland da ist. Beziehungsweise ich verlinke euch die Produkte unten. Das ist das Halo Glow Setting Powder. Habe ich noch nichts von gehört. Kommt auch hier in dieser Baby Pink Verpackung. Die Verpackung ist so ein bisschen schwierig. Du musst das hier so ein bisschen raustupfen. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt die Farbe, das hier, warte mal. Light. Gibt es in verschiedenen Farben. Und da nehme ich meinen Pinsel, arbeite mir das hier in so einem etwas größeren Deckel in den Pinsel ein. Und jetzt schaut mal auf meine Stirn. Der Glanz geht weg. Dieser übertriebene Glanz geht weg. Aber ich gebe zurück ein bisschen Schimmer. Da seht ihr es nochmal. Fixiert. Aber nicht mattiert. Und das ist, muss ich sagen, haben sie wirklich gut gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an das Softlärmfilter Puder von Catrice. Das ist halt nur die gepresste Form von Elf halt in einer losen Form. Wenn ihr sowas mögt, fand ich ganz spannend. Hat wirklich Spaß gemacht, das auszuprobieren. Ich habe es das erste Mal benutzt unter den Augen und das sah wild aus. Was für eine wunderschöne Base. Damit ihr es nochmal auf die Entfernung seht. Einmal hier. Es ist schon... Also, du siehst die Bewegung. Aber du siehst auch, dass es natürlich ist das Problem, was wir hier im Studio haben, ist das Licht. Wenn ich es ein bisschen runterdrehe, dann bin ich zwar ein bisschen zu dunkel, aber ihr seht, dass es deutlich, deutlich natürlicher aussieht. Mein Gesicht ist da. Ich habe hier nur kleine Bewegungen. Ich habe hier so... Auch ganz komisch. Ist mir neulich erst aufgefallen auf dem Bild. Ich habe hier Grübchen. Was ich euch empfehlen kann, was ich jetzt nicht benutze, weil ich gleich noch ein bisschen weiter arbeiten muss, sind diese Bite Size Eyeshadow Paletten. Sind ganz, 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 ganz kleine mit vier Farben. Für unterwegs. Perfekt. Du hast zwei Matts, zwei Schimmer. Perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist jetzt die Berry Bad Palette. Passt halt sehr, sehr gut zu diesem Luminous Blush. Also, wenn du es so ein bisschen in diesen... In diesen Tönen haben möchtest, die so ein bisschen aussehen wie ein anderer Ton. Was es noch gibt, sind Lippenprodukte. Was ich ganz krass finde, was ich jetzt aber nicht benutzen möchte, sind diese Lip Stains. Die, die stänen halt wirklich lange. Es gibt aber auch Lip Liner in einer richtig krassen Form. Die sind so ein bisschen in so einem Dreieck. Love Triangle Lip Filler. So sehen die einmal aus. Da könntest du es, glaube ich, ganz gut sehen. Da, komm. Da ist so ein Dreieck. Und damit kannst du sehr präziser die Lippenkontur nachmalen. Ihr werdet jetzt nicht viel sehen. Das ist die Farbe Mauve. Mauve ist fast meine Lippenfarbe. Schaut mal. Du siehst es ja kaum. Um meine Lippenkontur so ein bisschen scharf zu ziehen und die Lippe so ein bisschen... Das Schöne ist halt, wenn ihr die Lippe ein bisschen größer machen wollt, ihr braucht wirklich exakt die Lippenfarbe. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich sie finde. Die kommt meiner schon sehr, sehr nah. Ist ein bisschen braun, aber ich mag es gerne, wenn die Lippen ein bisschen braun dunkler sind. Nicht so rot. Kann man damit hier so ein bisschen schummeln. Cute. Und es gibt die O-Face Lippenstifte und die sind phänomenal, nämlich in der Farbe Standing Ovation. Die sind so leicht semi-matt, klein, süßen, schmusemund. Ihr Mäuse, das ist ein Full Face Elf. Ich fixiere das Ganze einmal und bin sehr gespannt, welche Produkte ihr von Elf sehr, sehr gerne mögt. Als kleine Mascara-Empfehlung habe ich noch diese hier. Auch die kann ich jetzt nicht auftragen, aber wenn ihr bei Instagram schaut, da seht ihr ein ganzes Video zu. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr von Elf am aller, allerschönsten findet. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Tag, den ihr haben könnt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.